Hallo und herzlich willkommen bei StarCraft 2. Man sieht zwar nicht, was wir spielen, aber es ist StarCraft 2 gegen unbekannte Gegner und unbekannte Spielermap. Genau, ihr wisst nicht, was wir spielen, ihr wisst nicht, was der Gegner ist. Wir sind einfach nur ein Planeten. Richtig. So, man kann ich mal gucken, was wir spielen. Wir spielen gegen Terranor Brodo, Terranor Zerg. Terranor Zerg. Ja, auf dieser Map, ja. Nein, doch, ja. Ach komm, ich mach's nochmal. Stalker all in. Ja, mach's nochmal. Er hat noch lange nicht, noch lange nicht genug. Ich würd' lieber eine Pflicht, eine Echse vorher nehmen. Ich glaub, ich geh lieber auf Fliege. Ach, ich weiß noch nicht. Komm, eh linkcycling. Ja, mit Sicherheit. Hat schon, äh... Pool? Ja, da kommt ein all in. Ach man, ey, die Leute, ey. Lass mal die, die Arbeiter am, Gas vielleicht nehmen. Na, oder weniger später auch links bieten. Guck dir mal, was der Terranor macht. Ja, lass uns gucken. Seine Barak Astra abbrechen. Und 5000 Worker ziehen. Oh, ich hab mir nichts falsch gebaut. So, was da ist da nicht, Queen? Wir brauchen mehr mit der Halle. Komm, jetzt schon die Länge. Jetzt schon? Ja, ja. Wir brauchen mehr mit der Halle. Ich muss ein Bärsieg ohne Wusten. Du hast die Probleme, oder was? Oh, da geht's bei dir. Oh, da geht's. Wir brauchen mehr mit der Halle. Hat bisher Bane-Linge, halt. Der müsste irgendwie... Ich seh'n ja was. Ich hatte erstmal alle verloren. Und er exzt jetzt auch gerade. Okay. Dann ist er auch hinten dran. Ich hab' noch kein Speed. Das hab' ich zu spät angerückt. Ich bin da ein bisschen spät dran mit meinen Ovo. Das heißt nicht, dass gleich noch Marines kommt? Oh, brauchst du Hilfe? Ja, ein bisschen. Komm rüber. Ja, immer mehr Länge. Ach man, komm ich raus. Wir brauchen mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Komm jetzt hoch zu dir. Na ja, immer mehr Länge. Immer mehr Länge und Cyclones. Oh, das sind meine Locker. Stalker. Muss ich weggehen. Ja, ich bin raus, bitte. Dieser Push ist irgendwie wie sie nicht. Ja, der ist weit mächtiger als der andere. Das ist wohl vorbei. Ja, Quatsch. Nein! Da hab' ich den letzten weggenommen. Jetzt bin ich auch raus. Cycling ist natürlich echt hart. Einen Cycle hab' ich noch bekommen, aber du brauchst da auch. Du musst unbedingt... hast du Spinecrawler gebaut? Ja, das ging nicht so schnell. Da hat er sofort Dings gebaut. Da muss ich auch sofort auf Pool gehen. Ja, brauch ich nicht mehr rausgehen. Geh, geh. Können wir rausgehen. Oh, das war der falsche. Geh, geh. Können wir auf jeden Fall nichts dranhängen. Hänge mal eins dran, komm. Bist du noch immer verteidigt. Es gab bestimmt 100 Minuspunkte. Nee, wir müssen verzeigen. Boah, das ist viel. Also so ein Online haben wir auf jeden Fall schon mal verteidigt. Das ist jetzt eigentlich kein Problem. Ja, aber der ist schon ein bisschen kräftiger. Ja, durch die Cyclones. Wenn die Cyclones nicht gewesen wären... So, haben wir gleich noch neun Adepten ausgesucht. Weil er dann auch gleich am Anfang gleiche verliegende Push hat. Ja. Sofort Zweinkrawler setzen. Oder Pool. Sofort Pool. Meister Diamant spielen wir jetzt ja. Gegen Protosterraner. Ach du meine Güte. Na dann, das wird ein geiles Spiel. Aber da können wir doch noch diesen komischen Push spielen. Den Stalker. Ja. Ja, gegen Protoster sowieso. Spiel ich jetzt immer. Echt mächtig. Ammon ist selber irgendwie hardcore in Bern mit Reaper. Aha. Das ist ein scheiß Map ey. Scheiß Position. Ich würde scouten. Ich bin schon unterwegs. Oh nein. Naja. Macht jetzt nicht so viel aus. Und nehm da mal ne Echsen. Der Missclick macht schon ganz schön was aus ey. Stehe ich fest. Doppel Gas. Ein Protos. Jetzt schon. Ja. Beide schon im Bau. Na gut. Ist bei mir auch aber. Ganz schön früh. Er macht dicht. Hat dicht gemacht. Na dann kommt Flieger. Ne doch nicht dicht gemacht. Ok passt. Doppel Gate Eröffnung. Ja normal. Oh der Rano ist nichts. Der Rano boxt irgendwo. Der bestimmt bei mir irgendwo. Ach einmal Missclick ist schon alles kaputt ey. Ne der macht hier hinten die Ramp dicht. Ja das ist gut. Das ist ja nicht so gut. Obwohl er muss nicht. Naja vorne ist er offen. Was soll denn? Ne egal. So. So jetzt hört langsam Stalk aus. Sonst sieht es enger aus. Ja stell mir den O wieder vor. Unsere Drohnen werden angegriffen. Weeper kommt. Los 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 los. Wir brauchen mehr Mineralien. 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 Wir brauchen mehr Overlords. Wir brauchen mehr Mineralien. 2 Reaper. Ja bekommst du beide. Easy. Ja wirklich easy. ja das ist wirklich noch im rahmen müssen wir langsam los wegen tors seinen fliegern gleich sehr schön ich kann das wort sind ich komme was hat alle verloren fast da haben wir schon gewonnen die vor kommst du mit ja 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 ich hab's gesehen ich bin die ersten in die schaffung ich bin das herz der finster ist der debt noch weg Benji. Benji ist gut. Tank. Ich brauche deine Hilfe unten. Ich gehe auf den Tirana. Da ist mein Bruder auch noch drin. Das ist alles schick. Er hat Obenfalling. Er hat nichts verloren. Oh Birko. Yummy 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 GG. Da hat der Meister Gigi gesagt. Hu 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 hu. Und jetzt raus. Hu hu hu. Aber die haben uns fertig gemacht. Welcher war der Meister? Der Protoss ne? Ah Meister 3. Meister 3. Ist schon okay. Ist schon okay. Als Zerg aber. Warum Meister nicht als Protoss? Protoss Tier 1. Auch nicht viel schlechter. Nur als Zerg gucken wir uns in MMR an. 4,5 fast. Das ist aber schon Meister 2. 4,5. Und noch höher. Ja 4,4,9. 4,4,8,9. Jaja das ist aber schon höher. Noch höher oder? Ich weiß es gar nicht. Nee Meister 2 so. 3. Ja jetzt. Aber drauf ziehen wir uns in der Endcard. Ah ja. Genau. Bis dann. Tschüss. 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 Das sind wir auch schon wieder in den Abspann. Wir hoffen wir uns hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen mich noch morgen wieder bei uns einschaltet. Wer hat nichts verpassen will kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Oben rechts findet ihr dann ein anderes Bike von uns. Und unten rechts nen Starcraft Projekt. Dann schaltet auch morgen wieder ein und tschüssi. ja sexual wie immer mehr zugeben haben. Soo. Wie seltsch.